Die Spartaner sind direkte Nachfahren von Herkules. Wir treten niemals den Rückzug an, geben niemals auf. Es kann für uns auf Erden keine größere Ehre geben, als auf dem Schlachtfeld zu sterben. Spartaner. Die besten Soldaten, die die Welt je gesehen hat. Jetzt ist alles ruhig. Sie kamen aus der Dunkelheit. Fürchtet euch! Sparta wird bis auf seine Grundfeste niederbrennen. Die tausend Nationen des Parsischen Reiches werden über euch herfallen. Bluthorst, meinem Volk mit Sklaverei und Tod? Das ist Wahnsinn! Wahnsinn. Das ist Sparta! Wir werden stadthalten und kämpfen! Ein neues Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter der Freiheit wird kommen. Und alle werden wissen, dass 300 Spartaner es bis zum letzten Atemzug verteidigt haben. Spartaner! Noch heute speisen wir in der Hölle! Schränkt ihnen nichts! Aber nehmt ihnen alles, was sie haben! Uns steht eine blutige Nacht bevor. Dann geht's uns her. Wir wollen die ZA. asy bis zum nächsten Atemzug verteidigt. Vielen Dank.